Mit Centus! Centus, weißt du was wieder geschieht? Minus fester Wangebot! Nein, das erste gleich! Jawoll! Und das nächste? Nö, doch nicht. Was denn da geschehen? Wo? Kannst du das grad weiter, oder was? Nee. Achso. Ah. Oh nein. Das hast du doch eh wieder nicht, du Paget. Oh, alte Schlampe. Ah nein. Sag ich doch. All diese Minus-Dinger, das ist so kacke. Ja. Oh, ich hab den hässlichen Boss wieder vor. Ja, ist doch geil. Oh. Oh. Ups. Was? War das kein Stiergeräusch? Nö. Oh. Schafft dann, schafft dann, schafft dann. Schafft dann, schafft dann. Fagget. Ups. So viel gesprungen, scheiße. Und. Matsch. Ohohoho. Alter, Fagget, alles seine Schuld für euch. Obwohl, dass man ihn trotzdem noch trifft, ne? Ja, klar. Alter. Alter, Kroko, Fagget. Er kommt automatisch in der Mitte. Ja, ich weiß. Bleib trotzdem noch verstehen im Moment. Hey, du Fagget, hörst du, wie ein wilder Aff rumzusprungen. Oh, das ist fucking up. Fuck. Oh, oh, Matsch. Fuck. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld, Flash. Was mach ich da eigentlich? Weiß ich nicht. Das lief doch ihm so gut. Es lief gut, hast du recht? Ja, sag ich ja. Es lief gut. Ja. Es lief bei mir jetzt auch grad gut, aber jetzt nicht mehr. Nee. Also das ist so normal. Ja, ich hol dich doch schon raus. Ja. Hast du, ähm, dieses komische Art-Spiel von Seb schon gesehen? Welches? Dieses, wo er die Patienten abkaffieren lassen muss. Bio-Ink. Ja, Bio-Ink. Ja, warum? Hat er ja auch schon erzählt. Wenn er so zockt, schaffst du das auf Anhieb und in der Aufnahme klappt das nicht. Das ist, äh, ist halt so. Ist halt die Aufnahmekrankheit. Das fängt dann ja, ne? Oh, das war schon wieder zu früh. Ja, und dann nur so ein kurzer Sprung. Wie beim letzten Mal. Ja. Ja. Ja, das schaffst du doch eh wieder nicht. Vor allem, weil du in beides gleich reinfährst. Ja. Oh nein, da fahr ich auch noch runter. Oh, ich hätte einfach... Oh, hätte ich vielleicht noch die Schiene gekriegt, hätte ich vielleicht noch schaffen können. Nee, hättest du trotzdem nicht. Nee, ich weiß. So will ich das auch nicht schaffen, wenn du hier. Doch, also ich glaube schon an dich, weißt du. Wir haben Weihnachten, da kann man schon an den Leuten glauben. Nicht. Ja. Dann springst du viel zu weit. Ich spring einfach viel zu früh ab und zu, das ist das. Ja. 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 Immer wenn das Bild sich bewegt, dann weißt du, dass er gerade kommt. Ja. 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 Ja, fress. Hast recht. Deine Spacken. Deine Eltern sind auch nicht stolz auf dich, ne? Mann El. Ja. 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 jetzt geht doch jetzt kommt der sprung sprung ich hab schon wieder vergessen zu springen ja das ist problematisch bei dem spiel das ist halt das spiel es hat keine fehler das war für kinder gedacht ja als kleines kind hast du es vielleicht geschafft früher komischerweise nein schon wieder drei fässer geschluckt als maul du arsch und ein bieten das war jetzt fängt wieder an hat es wieder schlecht wird übrigens habe ich heute schon wieder ein vorschlag von wegen den videos gekriegt warum krieg ich das ist eine liste von mehreren aber und du warst dein video war als erstes so per mail video vorschläge oder kanal vorschläge vor dem tick zu früh geschoben hast du schon gemerkt eben das ist schon so gut du hast die gefickelt ich hoffe es ernsthaft nee was hast du das gerade gesehen jetzt hat er mich nicht Das war ja eben komisch. Und ich bin noch nicht mal gesprungen. Nee, weil das jetzt bei mir so langsam geht, kennst du das, ne? Ich hab's geschafft. Ja, mein Herz, ne? Oh nein. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich mit zwei Leben spielen. Ja, musst du. Mein Herz. Oh. Zentus erste Klebelevel. Speichern. Ich hab ja gesagt, ich muss jetzt mal reinkommen jetzt wieder. Adolf, Adolf. Ja, die ganze Zeit hatte ich bei dir auch schon. Weil du warst nämlich da unter und mit einmal bist du von der Seite herangesprungen. Voll komisch. Merkwürdig. Hey, die erste Folge ist gleich rum. Oh nee. ETF. Check das mit dem Bienen nicht, warum da so drei Bienen sein müssen. Warum? Salum. Hm, Klebelevel. Hm. Was ist da rum eigentlich? Fuck. Ja. Ich hab zu spät gesehen, dass da so ein Klebeding gefangen ist. Na ja, nach links drücken und springen und dann nach oben drücken wieder. Ich hab schon gemerkt grad. Das ist ja behindert. Und ich bin zu blöd dazu. Ja. Ich bin zu blöd, da ranzukommen. Boah, jetzt schaffst du aber ein paar Zentimeter. Eieieiei. Oh, jetzt. Ich weiß nicht, was deine Probleme waren. Wien. 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 We. Weißte, vor eurer Umbekannte. Ach, ist doch voll einfach. Ist doch. Das war so ein Dagegenlaufen.